Du kommst klar? Ja. Okay, nice. Das klang nicht überzeugt, aber ich glaube dir einfach. Obwohl ich sterbe gleich. Ich komme. Na, ich bin tot. Egal, wir haben noch ein Leben. Wir haben sogar noch zwei. Was? Zwei? Oh Gott, bei dir stehen die Cops an der Seite. Ja gut, das ist ungünstig. Dann geh vielleicht gleich der Helikop. Dann geh vielleicht einfach auf die andere Seite. Lauf quasi mir hinterher. Ja. Der ist auch oben. Fuck. Okay, nice. Da ist er, da kommt ein Bulle. Yes! Was ist los? Boah, gerade in dem Moment, wo ein Bulle kam, war es vorbei. Du bist da, ne? Ja, okay. Boah, das war so knapp, man. Das war so knapp. Pass auf, da hinten steht noch einer. Hinter uns könnte eventuell auch einer kommen. Ja. Alles gut. Nee, da ist niemand. Okay, perfekt. Dann müssen wir jetzt hier hoch. Pass auf, da hinten steht eventuell noch einer. Wo ist der? 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 Ne? Ich hab's, da hinten? Ich hab's, dein Kopf, hab ich. So. Noch ne Etage höher. Wenn du das Ding öffnest, dann fährst du, glaube ich. Ich übernehme das mal. Okay, die sind... Ah, da steht noch einer? Nice, ok komm. Perfekt Wir haben das Auto, Freunde Ja, ihr habt noch ein bisschen was vor euch Hier, der sich da drauf schwingt, war sehr schön Jetzt müssen wir nur von den Cops abhauen Warte, ich muss fahren Das heißt, wir haben schon mal deutlich weniger zu tun als ihr Wohin? Ja Fahr einfach, fahr runter, fahr runter, du kannst runterfahren So, und jetzt hau ab Nach rechts und weg von da, das ist links Genau Oder so, egal, einfach aus der Basis raus Und die Cops auch schütteln Ich weiß nicht, wo ich raus muss Rechts, genau, die Straße lang So, wir haben, fahr da durch Warte weg, schicken wir nicht Nice Wir müssen Cops und Verfolger loswerden Das heißt, irgendwie am besten gucken, dass du von der Straße bekommst Und dann sind wir nämlich fertig Okay, links kommen Cops, pass auf, fahr eine weiter Komm von überall Ja, fahr links, die Seitengasse Hier, 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 hier Jetzt fahr einfach durch So, und jetzt langsam Jetzt können wir eventuell sogar schon Wenn die uns jetzt nicht hinterherfahren Ich guck gerade Vorsicht, da kommt einer von vorne Ich kann hier leider nicht Zero, 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 zero Was ist, wenn wir den Fahrplan stehlen? Jagen uns die Bullen dann? Nein, nimm ihn einfach mit und geh raus zum Auto Alles gut So, das haben wir schon mal Ja, wir werden jetzt eventuell noch verfolgt Aber es ist kein Problem Hier komme ich nicht raus, oder? Ne, pass auf, hinter uns kommen die Gegner Ja, oh, fuck egal Dreh einfach Oh, nice Wie gesagt, bis auf die Tatsache, dass ich einen riesigen Blutfleck am Rücken habe Fallen wir bestimmt noch nicht auf Es ist kein Problem Ihr klaut den Fahrplan und bringt das Auto weg Und müsst es dann anzünden Ja, ne, passt schon, wir haben alles, wir haben alles Ja, ja, die Cops kommen erst dann, wenn das Auto in die Luft fliegt Dann müsst ihr weg und es ist fertig Was? Alter, Spoiler! Oh mein Gott! Ich habe die Mission schon vor 10 Minuten gespoilert Das habe ich aber ignoriert, du Affe Heisenberg stirbt So, also Für Folge ignorieren wir einfach, wir schießen gar nicht erst auf die Ich mag es wie Autos hier rumfliegen, Alter Geil, der Typ bliegt erstmal links ab, bis er merkt Oh, wir haben euch gesehen, sie haben gerade uns vorbeigefahren Ich habe keine Texturen mehr auf der Straße, alles verschwindet Deswegen wollte ich nicht fahren Sollen wir umsteigen? Gerade sind keine da? Glaube schon, das wäre gut Okay, komm, 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 komm Oh Gott, von vorne kommen welche Alles gut, von hinten auch bis drin? Ja, bis drin, okay, easy Oh, gib Gas, Autospring an Ist ja auch geil, wenn dein Auto zu sehr beschädigt ist Kann sein, dass es sich anspringt, das ist mega geil Schießt einfach da und wirkst dein Auto die ganze Zeit ab Also wenn ich so als Beifahrer mitfahre, geht es voll klar Aber wenn ich selber fahre, verschwindet irgendwann einfach alles Ja, ich weiß auch nicht, warum du reingeportet bist Ich habe ja extra das Ding aufgeschossen Keine Ahnung Aber egal, passt ja Also wir sind durch, Jungs Nein, noch nicht, oder? Wir müssen noch zum Übergabeort fahren Ja Und ihr seid auch noch nicht durch, glaube ich Nee Fick dich Ich steig schon mal in den Wagen, um uns wegzufahren, ja? Was kriegen wir hin? Soll ich auf die schießen? Nee, kriegen wir Cops Ich habe kein... Oh Gott, die nerven mich aber schon hart Nicht verstecken Wir dürfen es schaffen Ja, hier steht nicht, was ich benutze Ich glaube RB stand da gerade Eventuell sind die zu blöd und fangen gleich irgendwo gegen Warte, ich schaue mal, was passiert, wenn ich es aufnehme Nee, LB aufnehmen Und dann, ja, schießen drücken Schatz, schießen Ihr müsst das Benzin... Ja, zum Schütten, ne? Nicht in den Wagen einsteigen Das hat er gerade gemacht, wo ich das gedrückt habe Aber doch, ich will auch schießen drücken Du ich doch Ich sehe schon, komm, gleich zündet ihr das Ding an und ihr sitzt drin Ja, okay, reicht Komm, komm zu mir Komm zu mir Oh, schau Jetzt bist du runtergefallen, ist das dein Ernst? Wir haben kein Leben mehr, Freunde, ne? Klasse jetzt Doch, eins haben wir noch Nee Wir haben null Wenn wir sterben ist... Achso, aber, ja, ihr vielleicht, wir haben noch eins Achso, ist das getrennt? Oh, geil, okay Ja, ja Ja, dann steig doch mal ein Also super ist relativ, aber ich bin ein bisschen erleichtert Dass die so ein hässlich geklautes Auto haben wollen, wundert mich immer noch Oh, na gut Komm, hol den out for a hero, baby Hey Seid ihr bald da Ja, du Mach's doch selber, wenn's nicht passt Ich hab die Ausfahrt auch verpasst Mensch, du musst nach rechts fahren Halt die Klappe Der vor dir Ich mag dich nicht, schweig So, wir sind durch, Freunde Sehr schön Wir haben noch drei Kilometer, bis wir fertig sind Ja, easy Die Frau ist aber charming Perfekt Komm, ich fahre uns Ach, haben wir schön gemacht Ich bin sehr stolz auf uns Ein Follower, vielen Dank dafür Ich seh's gerade nicht, weil der Stream davor ist Tut mir leid Aber ich bedanke mich vielmals Um 20 vor 4 Krankenschweine Denkt ja nicht, dass das Standard wird Patrick the Boss Hallo So, Kilometer noch Ich glaub, hiernach kommt noch eine Vorbereitung Ne, ist schon Abschluss danach Echt? Der Heiß kommt schon? Also stand zumindest vorne auf der Karte, dass danach Abschluss ist Ja, krass Wer ist denn hier? Ich fahre, als wäre ich grenzdebil Aber ich mein, das waren ja auch noch vier Punkte auf der Karte, ne? Ja, ja Ach komm, als könnte ich dich nicht umfahren So eine geile Offroad-Strecke Ja, danach spiel mir noch zu viert 8 Stunden Golf Ach komm, ehrlich Im Rasenmäher Ich hab ja gesagt, fangen aufm Golfplatz mit 30 Leuten Das wäre mega witzig Ooooooooh Die haben grad ein Radrennen machen wollen Und ich hab die tot gefahren Wollen wir ein Fahrrad fahren? Wollen wir ein Fahrrad fahren? Ups Ja komm Komm, lass Fahrrad fahren Wenn die schon zu Fahrrädern liegen Das ist nur eins, oder? Wo ist der zweite? Der ist noch nicht gerade weggefahren Oh, ich hab das Preisgeld mitgenommen Oh, ist der zweite? Warte, den hole ich mir in den Penner Vielleicht ist das da hinten irgendwo runtergefallen? Der steht hier Echt? Okay, geil Er ist sicher an der Seite Yes, geschafft! Nein, ich will erst Fahrrad fahren Wo ist es? Da auf der linken Seite Hier ist kein Fahrrad Da, daneben, da, hier Ich hab hier kein Fahrrad Andere, geht, lauf da um das Ding rum Andere Seite Nein, hab ich ein blaues Auge Hier ist kein Fahrrad Sven und Mo suchen das Fahrrad Ah, das Fahrrad ist da! Sag ich doch! Bestanden! Ja, ich sitz drauf Bestanden und drauf gesetzt Ein Idiot suchst ein Fahrrad Nice Hab'a gut gemacht Ja, hab'a gut gemacht Beide Parteien perfekt gearbeitet Schön Ja Dann sind wir fast durch Ne? Fast durch, ja Ich denke mal, dass der erste Abschluss länger als 20 Minuten dauern wird Ja Ich gehe auch davon aus, dass wir es nicht auf Anhieb schaffen Aber ich bin eh verwackt und kann mich nicht bewegen Also von daher Deswegen werden wir den wahrscheinlich heute nicht mehr durchziehen können Ja Dann kann mich eh nicht bewegen Ohlulululul Aber immerhin sehr nice Ich bin in meiner Wohnung Aber immerhin sehr nice Ja, ich bin auch in meiner Wohnung Aber ich kann mich nur hinsetzen und aufstehen Mehr als eigentlich habe ich nicht Oh Gott, irgendwer ist in meiner Wohnung Was? Wow, was machst du in meiner Wohnung? Keine Ahnung Keine Ahnung warum ich hier ausgelebt wurde Lola, was machst du mal gut in deiner Wohnung? Na geil Hallo? Ich fühle mich in meiner Privatsphäre ein bisschen gestört gerade Geht's noch? Wer ist ja auch noch betrogen Unglaublich Ich bleib einfach hier sitzen So und dann würde ich sagen mit diesem wunderschönen Ausblick auf einen Teil der City Äh ne die Stadt ist, die sieht man noch von oben, warum mal Huch Zwischensequenz, da fuck ich hab mein Apartment verlassen What? Ich hab nichts gedrückt Ich versteh dieses Spiel manchmal nicht Es hat noch seine Macken hab ich das Gefühl Ja, irgendwie hab ich jetzt auch ne Cutscene Okay cool Hast du dein Apartment auch grad verlassen? Ja Ich versteh's nicht Ich steh auch einfach draußen Jawoll So ich möchte ganz kurz ein paar Worte verlieren Penis Penis wirklich Vagina Ein sehr gutes Stichwort by the way Aber nicht mehr heute The fuck Ähm Ja, also ich lasse den Stream noch 21 Minuten an Bis die vier, zwölf Stunden voll sind Werde jetzt allerdings erstmal nach hinten gehen Mir was zu essen machen Ihr könnt gerne noch die restlichen Minuten hier verbleiben Vielleicht noch ein paar Fragen stellen oder sonst was Prinzipiell passiert aber heute nix mehr Ähm, denn ich muss noch ein paar Sachen packen Damit ich rechtzeitig meine Zukunft verwische In diesem Sinne, ich bin mal ganz kurz in der Küche, ne? Jo Mhm Do that So, ich hab nix zu tun und jetzt? Ne, ich auch nicht Scheiße Die kreischen so lustig Wenn man sie tötet Und ihnen den Kopf abschlägt Ich schieße hier grad mit Raketen rum Das ist auch geil Soll ich mir ein Haus kaufen? Du brauchst, warst ja erst auf der Frage? Ich bin grad vor allem for sale schild Also du, hast du schon eins? Ja Ja, dann ist es egal Aber nach mir wird gefahren, also kann ich eh nichts kaufen Ja, aber ich hab letztens festgestellt, dass wenn man ein zweites kauft hier auf online, dass das erste weg geht Was? Dann komm ich mir nie wieder ein neues Haus Ja, ich hab mir jetzt extra so ein mega Apartment gekauft Ich hab das 500k Haus Ja, ich hab dieses, in diesem Dingsbums-Dingsi da oben Diesen Dingsbums-Dingsi? Hochhaus da Ach, das Dingsbums-Dingsi Ja, das Dingsbums-Wohnungsteil Diesen Twin-Tower-ähnlichen Gedöns da Ich versteh die Frage nicht Das war keine Frage Das sagt man doch nur so Ach man, womit hab ich das verschieben? Weißt du, zum ersten Mal kann ich hier, hab, so hab ich ne Chance gegen irgendwelche Spiele irgendwas auszurichten Jetzt ist hier keiner Ja Die ganze Zeit werd ich niedergeballert in diesem Spiel La Krata, du bist ja immer noch im GTA-Spielen Ja, ich wollte eigentlich aufgehör aufhören, aber das hat irgendwie nicht geklappt Der Mu hat mich nicht gelassen Dumme Sau Ich würd eigentlich selber um 12 gehen und dachte ich mir so, ach Ja, das war auch meine Intention, aber ging irgendwie nicht Ja, irgendwie hat sich das nicht grad durchgesetzt War dann doch irgendwie zu spaßig, 16 komische Mini-Spielchen zu spielen Und durch Loopings zu fahren Ja, die Loopings waren sehr, sehr anstrengend Weil die Tattoos eigentlich erst noch frei Tattoos sind super, ich glaub, also ein paar hast du glaub ich von Anfang an Hm, Tattoos, geil Ich mein, die sieht man bei mir eh nicht, weil ich so ein langärmeliges Ding trage, aber Deswegen hab ich ein T-Shirt angezogen Lass mir jetzt die Haare schneiden, vielleicht kann ich mir dann mein Headset entfernen Afro Das mach ich jetzt einfach Ich glaub, jetzt wirst du beim Dings los Bekleidungsgeschäft Jetzt hättest du keine Frisur Geil, es geht, ne, ich hab nur Zottellocken Ja Kein Afro für mich Kann ich wenigstens einen coolen Bart haben Werte toll Nee, da ist meiner schon der Beste, den ich habe Augebrauen brauch ich auch nicht Brust Brust braucht man auch nicht Ich kann Brustverhaarung haben Laber Ja klar, hallo Geil Was ist los? Oh mein Gott, ich kann mir einen Blitz auf die Brust rasieren lassen Ich lauf nur noch oben ohne rum, Freunde Oder ein Herz Oder ein, 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 so ein lustiger Bart So ein gezwirbelter Ein fröhliches Gesicht, ein Totenkopf Beim Friseur, oder was? Ja Ja Korrekt, ich bin auf dem Weg Oh, ich möchte glaube ich das Herz haben, das erkennt man leider kaum Lauf oben ohne rum Alter, es gibt einfach einen Bikinischnitt Gebrusthaare Mega Wie furchtbar Ich nehme Haarig normal Das passt eher zu mir Wollten wir das jetzt wissen? Der Friseur ist so hart schwul, das ist schon nicht mehr schön Du bist auch bei dem schwarzen mit dem blonden Haaren so Ja Ich bin noch mein blaues Warum auf der Homepage keine Twitter-Posts mehr aufgeführt werden, weil das irgendwie kaputt ist Ich weiß auch nicht warum Krass, beim Friseur war ich ja noch gar nicht Boah, mega, da gibt es ja mega viel Geil Aber ich habe hier schon den coolsten Bart, sorry Augenbrauen Bye beautiful Okay, dass du die Brust machen kannst, ist wirklich geil Vor allem die Bezeichnung Das war das einzige, was mir bei der Charakter-Erstellung leider gefehlt hat Grizzly-Affe und gekämpter Affe, finde ich alleine schon mega geil als Bezeichnung Oh, ist das bescheuert Kontaktlinsen, geil Ist das auch noch geil? Ah Tattoo-Studio, na bitte, gehst du gleich als nächstes hin Du kannst atomare Kontaktlinsen Wie geil ist das denn? Es gibt einfach tausend Sachen mehr als in der Charakter-Erstellung, ich bin ein bisschen erstaunt Ja, die wollen einfach nur dein Geld Leute, der Hyper, Prost ihr Muschis Die wollen einfach nur dein Geld haben Mein letztes Bier habe ich gerade weggestellt, Hyper, das tut mir sehr leid, ich muss nämlich gleich weg Ich hab noch eins Die Lola stoßen mit dir an Hyper, die Lola stoßen mit dir an Ja, Hyper, wenn sie für mich mit trinken, ist das eh mehr in Ordnung Ich kann gerade nicht mehr, aber ich muss gleich fahren Zug Zug Ich kann trotzdem kein Bier mehr trinken Nicht, dass der Zug entgleist Hallo? Schlimmer als die Deutsche Bahn kann das nicht machen Jawohl, ich kann mir Lippenstift beim Friseur draufpacken Nice Stippenlifft Ja, Friseur mit Extraservice Ja Ah, wir sind hier beim Kino Ah, die Umgebung kenne ich noch Weep So Wow So, ich beende meinen Stream aber jetzt schon mal Boah, knapp 7,5 Stunden, Alter, ich wollte einfach nur ein bisschen GTA spielen Leckt mich fett, Alter Noch ein bisschen Bisschen halten, mein Gott So, Freunde, eine Viertelstunde könnte ich noch beim Wolf gucken Oh, da gibt's auch so viel zu gucken, außer wie ich fresse und äh So was muss man immer gesehen haben, ich glaub deine Zuschauer sind eh meine Zuschauer Kann sein Isst du noch immer an deinen Nuggets? Jaaaa So, da könnt ihr jetzt hingehen Ich hab extra viel gemacht, dass ihr noch welche habt, bevor ich losfahre, ich bin clever Vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank für die Donation, vielen Dank für die 80.000 Follows, mindestens Mindestens Und wir sehen uns dann beim nächsten Stream wieder, macht's gut Tschüss Tschüss